Herzlich Willkommen zurück, Leute GDA. Heute sind einige Leute dabei. Ahne, Vlogge, Juli, Kundalm, Nils, Payne, Alex und Eidem. Hallo. 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 Das ist Juli, oder? Das muss Juli sein. Oh, stimmt. Brenne ich noch? Ja. Juli ist noch am Raum, aber nicht. Die ist riech am absmauken. Juli. Juli dachte, sie hat sich aus der brennenden Toilette gerettet. Denkste? Die Toilette hat ja nicht. Ey, ihr Brenner. Jetzt gebe ich aber Gas zu. Ja, ich hab mich gekillt, ey. Monster. So, Mann. Sollte doch nur ein Celikon-Kabel. Da hinten brennt schon einer aus. Schon. Als ob das auf jeden Fall nach ihr noch passiert. Ihr habt ja schon ungefragt, ne? Der brette da schon. Was wird denn heute hier zusammengefahren für'n Scheiße? Ja, es sind so viele grüne Autos auf der Strecke. Nein, das war gerade ein weißes Auto. Nein, weiß nicht. Nein, Kundran, du liegst da wieder derb. Was passiert? Liegt da? Mann, ist das so kack, Echo? Ich kann nicht reden. Jetzt gehst du da. Das Lustige ist aber eher daran, dass wir dich nicht hören, wenn du... Hörte mich gleich, Ratte. Was? Oh, shit. Kundran und Pain haben sich raus. Ich bin jetzt halt gespür. Ja, ein bisschen viel getrunken. Hast du extra Home-Office gemacht, damit du dich zuhause allein besaufen kannst? Ich rauche total aus meinem Auto. Ich bin sowas von cool, aber das ist nix. Ich bin nicht cool. Das geht doch nicht. Immer lass das Fenster offen. Oh nein, ich hoffe, ich werfe nicht. Juli, du brennst immer noch. Also es geht. Hab ich letztens mal gesehen. Oh, wer bremst im Looping an? Julis macht auch so Feuerzeugen. Und dann Juli, du fährst, brennt. Du, du fährst nicht mehr, Juli brennt das Auto jetzt. Oh, ich sitz nicht. Heiße Kartoffeln. Juli muss auf jeden Fall mein Rennen gewinnen, damit man das sieht. Sie wird ja brennt da stehen. Das wär schon witzig. Oh, Motorradrennen muss gut aussehen. Ja, Motorradrennen, die leuchtende Fackel da. Mein Auto geht ja noch mal kaputt. Nein, das war nicht. Ghost Rider. Die Menschlichkeit, oder? Ghost Rider. Leafy Hollow meinst du? Ghost Rider gibt's jetzt wieder fahren. Kannst du die denn nicht? Ja, ich muss mich resetten immer. Achso, weil du stirbst, ne? Ja, ich sterbe. Was? I'm literally dying. Das ist ja kacke. Das Problem ist, sie ist ja auch in der normalen Lobby am Brennen. Ja. Sie stirbt in der Lobby nicht anzuziehen. Da hat dich wohl ein Hacker verzaubert. So wie die... Verzaubert? So wie letztens Kapuze eine Gitarre auf dem Rücken hatte, ey. Ja, stimmt. Und das Auto dann weggeglitcht ist die ganze Zeit. Oh Mann. Unfassbar, ey. Das ist wieder richtig. Oh, mein Arsch brennt. Du musst einfach nur schnell genug fahren, damit das... Und wir waren auf einmal Maro vorhin da. Der Windschatten macht doch eher das Feuerwehr stärker. Das ist halt so hot. Nils ist einfach von der linken Seite auf die rechte Seite geleckt. Oh, Wahnsinn. Bei mir sah das richtig aus. Oh, mein Mann. Erst mir ausgewichen und dir ausgewichen. Vor allem, was komisch ist, warum hörst du dich auf nach dem Resetten? Ja, weil der Hacker wird sich angezogen haben. Ja. Ja. Ja, aber ich mein, wenn sie respawnen, müsste sie doch... Müsste sich das... Ja, das Problem ist, sie... Ja, das ist an die Session-ID gebunden. Die als Figur ist halt unsterblich hier in dem Rennen, deswegen stirbt sie nicht. Aber ich war in der gleichen Session. Ja, du bist aber gestorben. Ja, weil mich erschossen hat. Aber die Frage ist, was... Ja, eben. Wenn sie wirklich crasht, dann stirbt man ja. Ne, der Charakter stirbt glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Steht ja... Ja. Dann musst du eliminiert. Dann resetet man nicht, sondern spring mal runter und lande auf dem Dach. Okay. Nachher überlebt die das auch noch. Komm, rüber auf dem Dach landen. Ja, wie willst du denn? Ihr könnt einen Looping-Kon drinnen. Ein Looping anhalten. Achso, ich meinst du... Eins Flocke. Wenn ihr mich gewinnen lasst, dann sind wir euch in der Tourist. Ja, auf dem Autodack. Nicht auf, auf, auf. Schöne dich 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 auf. Wollen wir Juli gewinnen lassen? Geht nicht. Sie muss ja... Oh nein. Oh nein. Uberspeed. Achtung, Alex. Achtung. Kun ran. Kun ran. Und hey, greifen wir euch von hinten jetzt an. Wobei sie jetzt nur 50 Sekunden hinten sind. Oh Gott. Wir warten. Wir warten. Juli, Leute. Ich war so. Ich war so. Oh nein, Leute. Wir sind nur 15 Sekunden hinten. Das ist ein Martin. Er wartet auf Juli, wie wir uns sehen. Oh Gott. Alle so, wie sie vor der Ziehlinie bremsen. Anstellen. Also vor der Ziehlinie. Oh Gott. Nein. Dalu hat uns gefinished. Ich will das jetzt nicht machen. Tut mir leid. Was willst du nicht machen? Vor der Ziehlinie bremsen. Doch. Wieso nicht? Du machst da sowas von, dann helfe ich nach. Oh Gott. Nein. Leute, ich stelle mich hier vorne. Ja, okay. Wenn ich sicher sein kann. Anstellen. Abstopp. Abstopp. Ich wäre Zweiter gewesen. Eine schöne Reihe bauen, ja? Ist das Juli mit Rosa? Flocket. Flocket. Ich seh das. Das ist das. Oh, wie schön. Das ist Flocket jetzt. Starten Juli. Starten Juli. Starten Juli. Juli. Ihr Hater. Alex hat gedrängelt. Oh mein Gott. Ich fand eine neue Auszähler. Ich kann euch nicht mehr trauen. Ich werde jetzt aggressiv fahren. Aber sehr geil, wie alle davon gewartet haben. Ja. Außer Flocke. Hä? Wieso? Ich hab doch davon gewartet. Ich wollte hier den heißen Shit sehen. Wo ist die Toilette hin? Wo ist die Toilette hin? Da ist ein schönes Wasser zu machen. Und dann hat er noch mit dem falschen Auto gewonnen. Eigentlich war es aber eh, Leute. Da hat er noch jemand ein falsches Auto. Wer hat denn falsch? Ich hätte die GTB. Ich hab gar nicht die Liste aufgemacht. Oh mein Gott. Ärmer mit Profis. Alex hat sich vorgedrängelt. Du wolltest ja nur recht durchsetzen. Und ich durfte mich leider aus dem Mehrheitsbeschluss, dass wir bremsen durften. Und ich konnte mich daran nicht halten, weil ich wusste, wenn ich erst aber nur du zweiter, würdest du halt einfach mal vorbeifahren. Du denkst, dass ich denn hier vorbeigefahren bin. Das ist schon eine Beleidigung aller Arme. Ja, machen wir. Wo ist eigentlich Kapuze? Kapuze und das Auto. Wo ist eigentlich Kapuze? Bist du dumm, oder was? Lass dir das nicht gefallen. 100 Dollar auf Nils. Ich find vor allem gut, wie jemand sagt, wo ist eigentlich Kapuze und in dem Moment wieder einlockt. David, darf ich mich über das Outfit von Payloads kriegen? Ausgezeichnet. Oh nein, ich hab die Toilette. Karneval. Das ist wie so eine Mr. Blutvolle. Wie, du hast die Toilette noch? Die ist immer noch auf mir. Die brennt hinter mir. Toll, warum sieht man das nicht? Nein, das ist so. Doch, man sieht es in der Pfad. Ja, aber, ja. Scheiße. Wie geil ist das? Sie ist in der Tierradbrunnen. Sie brennt. Sie brennt. Sieht doch wie fein, sehr hübsch aus. Ich muss mir heranfassen. This girl is on fire. Da hast du Motorradrennen drin. Da ist ein Klo auf. Ich hätte gerne einen Sessel auf dem Dach. Das wäre cool bei dem Auto. Und dann noch in so einem schleseligen Grün. Hey, Julie, hör mal auf, hier rumzubranden, ey. Du musst sie mal mitnehmen, falls ich mal muss, ne? Ich will richtig drehen. Nein, 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 no! Mach meine Toilette! Du Klo fällt runter. Oh Gott! Hallo! Hallo! Irgendwie hat Anna auch ne Abkürze. Ja. Ich bin fast in den Pool gefallen. Leider hat's nicht gereicht. Oh, das könntest du dir helfen. Vielleicht löscht sie dich da. Toilette. Ja, stimmt! Ey, wer war das? Warte mal, funktioniert das bei GTA, dass du dich löscht, wenn du in Wasser springst? Näääaah! Ja, aber das Klo wirst du nicht los. Du brauchst ja ein Klo entfernen. Achso, das Klo brennt. Ja. Komm, Alter, ich weiß noch. Juhu! Boah, was löscht Klo's? Du hast nen Helfen, du hast nen Lebensbalken bei mir. Was weiß ich? Mundwasser? Ich hab keine Ahnung. Links! Feuerlöcher. Boah, Maru! Nicht bremsen, jetzt! Maru, was machst du da? Überholen. Ja, aber nicht so. Maru tilt. Ich hab nichts gemacht, das war echt gut. Maru! Ja, ich muss da rum. Maru, du bist so ein Tryhard, ne? Ohne Scheiß. Du bist auch vorgefahren. Ach komm, ey. Das ist ein Rennen, wir müssen vorwärts fahren. Oh man, warte mal, wir haben einen Freund, da lachst du nicht mehr noch. Und hüpft. Jetzt darf Nils wieder nicht reden. Und hui! Alter, das ist ein Tryhard. Ich bin Tryhard. Ich fahr geradeaus, ey. Das ist schon ziemlich Tryhard einem. Ja. Fahr mal mehr Kurven. Ich Tryhard grad wirklich, ich try really hard not to Aram Alex. Man merkt, dass du Tryhard hast, weil du sechster bist. Nein, weil ich die ganze Zeit versuche Alex nicht zu treffen, ey. Ganz gemacht ihr Jungs, ja? Schnurrenknurren. Was du da, ey? Wann haben wir eigentlich Orange? Das wird gefährlich. Ich denke... Ja, wie hab ich das verdient, ey. Braun. Jetzt machen wir items fertig. Wie ihr macht items fertig? Hey, nein, 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 nein. Ich bin fein. Lass mich... Links, einer rechts und dann einfach da mit dem Plan. Nein, nein, nein. Leute, Leute, helft mir. Einer von euch muss bremsen. Bitte, einer von euch. Ich brauch Windshot. Hilfe. Hilfe. Peter. Alexa ruft Peter an. Ja, ich leck mich eh gleich hinter euch. Äh, Windshot. Hey, lass das. Da haben wir ihn gleich. Guck mal. Jetzt nimm meinen Windshot. Oh nein. Und Alexa erzählt mir grad, dass ich Kontakte synchronisieren muss, damit wir das machen. Oh, da kommt Achtung. Oh, da kommt ein Bombenarfen. Ohhhhhhhhhh. 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 Ich konnte nichts machen. Ich war da hinten, da ist ein roter Marker grade. Was ist das? Das ist Julie. Hallo. 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 Ich bin alleine. Ich greife nicht los. Nein, nein. Würdest du nie machen, ey. Nur in Überzahl. Ehrenmann. Was eiern hier alle rum? Bremsen hier? Ich hab Angst, dich zu rammen. Ich hab Angst, dich zu rammen. Ja, ich hab auch kein Gas. Also, mein Auto fährt nicht schneller. Also, ich geb jetzt einfach Gummi, ey. Ich warte einfach, bis Konrad wieder den Internetausraster der Hölle hat. Ohhhhhhhhhh. Ich hab die ganze Zeit hier. Ich hab die ganze Zeit hier auch nicht. Ich trau mich einfach nicht bei Danu, ey. 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 B, oder? B, oder? B, oder? B, oder? B, oder? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab ihn wieder gerade gekriegt! Ich hab ihn wieder gerade gekriegt! Danke, Maru! Danke, Kunde. Es ist weg! B, oder? B, oder? B, oder? B, oder? B, oder? Oh nein! Oh nein! Oh nein! K, K... Den hab ich fertig gemacht! Ich hab's noch überlebt! Aber ich... Ich brauch' ein bisschen! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt, aber ich bin siebter! Hi! Also ist auf selber raus gelaufen! Hi! Fass! Alex, bitte geh mal mit schatten. Nicht fass, Dixi-Klo. Ja, mobile ist Dixi-Klo, genau. Ja. Dixi macht Mobi. Dankeschön. Hat nicht gereicht in den Schatten. Wenn ich respawne, dann sieht man die ja so schön. Weil das Auto anfangs durch sich dreht. Um den letzten Turbo rauszuholen. Oh! Leider gar nicht. Kunran finischt einen immer so, dass man nicht mehr fahren kann. Wie hast du mich gefilischt? Kunran macht keine alten Sachen. Komm schon als ob. Komm Kunran, wir schaffen das noch. Den kriegen wir noch. Wir brauchen Windschatten. Haut auf ihr Hater! Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann! Oh, danke für den Boost! Den krieg ich noch! Komm schon, komm schon! Wir bekommen keinen Windschatten. Das ist unglaublich. Suckers! Suckers! Komm schon! Manu! So, Matschschmerz! Komm schon mal! Komm schon mal! Eine schöne Toilette! Ich muss noch sehen! Komm morgen! Lade, du scheiß Spiel! Lade, du auch! Ich werde es sehen! Motorradrennen nächste Folge? Ja, bitte! Du, du hast eine Toilette auf der Nase! Du, du hast eine Toilette auf der Nase! Oh, das ist so! Aber besser... Ich verstehe, dass Karneval ist, ne? Moment, ich habe immer den Anfang. Es brennt schon jemand! Das wird eh passieren! Aber jetzt schon! Kölner, Laugh, ihr Hater! Hilfe! Was? Also, ich finde es ja krass, dass wir zwei Toilette-Faces haben! Wenn ihr euch lieber einen neuen Like da lassen, dann lasst uns die Handschauer dabei haben vorbei! Bis dann macht's gut! Ciao! Der Vlog ist gelieft!